Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem kleinen Get Ready With Me. Ich habe sehr ihr Lust drauf. Heute ist Karfreitag, also wir gehen gleich ins Restaurant essen, so wie jedes Jahr mit der Familie und ich möchte mich ein ganz, ganz kleines bisschen fertig machen. Also ich möchte heute wirklich nur das leichteste Make-up machen, eigentlich mehr den Fokus auf die Lippen gesetzt und halt eine schöne Haut. Ich habe mir hier ein paar Produkte bereitgelegt und wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt und nochmal ganz kurz an dieser Stelle, falls du meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich sehr freuen, wenn du das nochmal schnell nachholst und dann legen wir einmal los mit dem kleinen Alltags-Make-up, würde ich sagen. Ich habe mir auch schon eine gute Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Ich habe mir meinen Sonnenschutz mit einem SPF von 30 aufgegeben. Das war ungefähr vor einer Stunde, also das ist schon richtig gut alles eingezogen und ich habe mir jetzt als erstes überlegt, ich werde mir so einen Creme-Highlighter erstmal hier so ein bisschen auftragen. So, gestern habe ich mir übrigens meine Augenbrauen nochmal gefärbt. Ich habe noch so die Reste von meinem Isana-Augenbrauen-Färbe-Zeugs, das ist aber auch fast leer, aber ich merke das auch, dass da so ein bisschen die Farbintensität nachlässt und ich habe aber ja zum Glück auch nochmal ein neues in petto, welches ich dann demnächst mal austeste, von Scyos nämlich. Ja, ich habe hier von Jeppo da diesen Creme-Highlighter und den kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Da gebe ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen was hier auf. Das Schöne ist, ist relativ, ja, dezent. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, besser als erstes auftragen, weil wenn ich mir den über eine Foundation gebe, dann finde ich, dass der mir die Foundation abträgt. Also von daher nochmal ganz kurz so mit den Fingerchen einarbeiten, dass man einfach so einen leichten, schönen Glow da hat. Also das ist jetzt auch kein extremes Produkt. Also das gibt einfach so einen kleinen, schönen Glow auf der Haut. Als nächstes kommt ein kleines bisschen oder ein Hauch von Serum-Foundation. Da habe ich mir hier von Catrice die neue aus dem Sortiments-Update genommen. Das ist dieses Tinted Serum. Die Tinted Serum-Foundation. So. Die muss auf jeden Fall einmal gut geschüttelt werden, dass die ganzen Substanzen dort drinnen sich einmal wieder schön miteinander vermengen. Und sobald sie mal einen Tag steht, bildet sich ja oben das, also das Öl von dem Wasser ab. Und deswegen immer einmal wieder gut alles vermengen. Und ich habe mir hier so einen flachen Pinsel herausgesucht, weil ich finde damit diese Auftrage-Variante einfach ideal. Ich gebe mir jetzt erstmal zwei Tropfen auf meinen Handrücken auf. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, so ganz vorsichtig, mir so ein ganz, ganz kleines bisschen auch nur, ja, dorthin, also eigentlich überall, aber dort einmal das meiste Produkt aufgeben, wo ich so das meiste benötige. Ich finde, mit diesem Pinsel lässt sich das sehr, sehr schön einarbeiten. Wie gesagt, ich lasse so ein bisschen auch hier meine Stelle, wo ich den Highlighter aufgegeben habe, auf. Und dann fange ich einfach an, mir das Ganze mal so schön auszublenden. So, das Ganze ging so schön einzuarbeiten. Also mit so einem Pinsel kann ich euch so eine Serum-Foundation total empfehlen. Das funktioniert echt super. Ihr habt eine richtig schöne Kontrolle und ihr benötigt nicht viel Produkt. Es lässt sich alles sehr, sehr schön verteilen. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal ein Tröpfchen nachgenommen für meine Stirn. Also im Endeffekt jetzt drei Tropfen fürs komplette Gesicht. Gesicht und man sieht halt immer noch trotzdem die Haut durchscheinen. Also es sieht jetzt irgendwie nicht aus, dass ich jetzt viel drauf habe. Man hat einfach so ein richtig schönes, gesundes Strahlen im Gesicht. Und gerade auch so ein bisschen noch dort, wo der Highlighter jetzt sitzt, da bin ich halt jetzt nicht drüber gegangen mit der Foundation. Und von daher, ja, ist das so, glaube ich, ganz in Ordnung. Als Bronzer habe ich mir einen Creme-Bronzer rausgesucht. Und zwar habe ich hier auch nur den von Chanel, aber das reicht mir auch. Das ist ein ganz, ganz toller Bronzer, den ich liebend gerne verwende. Und ich nehme dafür mal hier jetzt so einen flachen, schrägen Pinsel und dipse da einfach mal so ein kleines bisschen rein. Das Schöne ist, den kann man sich richtig schön aufbauen. Und dann fange ich einfach mal an, mir den so ein bisschen aufzutupfen, ganz vorsichtig, weil ich möchte nicht zu viel. Es soll wirklich nur etwas ganz, ganz Leichtes werden. Und dann sieht man das, glaube ich, schon. Also es soll wirklich alles nur so ein Hauch von sein auf der Haut. Einfach, dass die so schön gesund aussieht und frisch. Und man vielleicht zweimal schauen muss, hat sie jetzt was gemacht oder nicht. Aber ja, ihr seht, ich gehe da immer wieder so ein bisschen rein und baue mir das ganz, ganz eben vorsichtig auf. Und jetzt kann man auch schon was erkennen, dass da so ein kleines bisschen Farbe mit auf die Haut kommt. Und ja, ich mache mir das ganz kurz eben zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze habe ich mir jetzt soweit ganz gut eingearbeitet. Und das Schöne ist ja, der ist zwar in einem relativ dunklen Farbton, wenn man den so sieht, aber das Schöne ist wirklich, selbst jetzt noch mit meiner Winterblässe kann ich den sehr gut benutzen, weil der nicht so krass ist auf einmal. Also man kann sich den schön aufbauen, habt ihr ja am Anfang gesehen. Das ist die Farbe 392 Tan Medium Bronze von Chanel. Das ist ein Riesenklopper, der wird ewig halten. Letztes Jahr im Sommer hatte ich mir den zum Geburtstag gewünscht. Und ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller, tolles Geburtstagsgeschenk, welches ich immer noch sehr genieße, wenn ich es benutze. Einfach so ein kleines bisschen Luxus für die Haut, ist immer schön. Und ja, na, also da kann man sich das richtig schön auftragen. Und so gefällt mir die Haut richtig, richtig gut. Ich möchte mir ein ganz, ganz kleines bisschen Puder auftragen, nur auf meine T-Tone so ein kleines bisschen, um die ein kleines bisschen abzumattieren. Da habe ich hier von M. Asan dieses Magic Finish Setting Powder. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Hat einen ganz, ganz leichten Farbton. Und ich muss mal eben sehen, dass ich da auch jetzt echt nicht zu viel bekomme. Weil da ist so viel irgendwie durch die Bewegung gerade rausgekommen. Also ich dipse mir das so ein kleines bisschen hier am Deckel dann ab. Und dann tupfe ich mir wirklich nur so ein kleines bisschen, also so einen Hauch von auf meine T-Zone. Und dann nochmal ein kleines bisschen in meine Nase und in meinem Bankbereich. Alles wirklich nur so einen Hauch. Damit ich den gewissen Glow auf meinen Wangen auf gar keinen Fall verliere. Aber in meiner T-Zone, da brauche ich kein Glow. Also da gehe ich jetzt mit dem Resten nochmal ganz, ganz flott so drüber. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Base. Die ist schon fertig. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt wirklich nicht viel verwendet. Und das sieht halt jetzt wirklich nicht geschminkt aus. An meinen Augen muss ich gar nichts wirklich machen. Also das Schöne ist, ich habe mir vorgestern von Eyelashes solche DIY-Wimpern von unten angeklebt. Ich hoffe, ihr seht es nicht. Weil so soll es ja sein, ne? Also das sind wirklich sehr, sehr natürliche Wimpern. Ich mag es eher natürlich. Ich freue mich, wenn ich mir meine Wimpern jetzt nicht jeden Tag tuschen muss. Und da vergeht bei mir auch immer ein bisschen Zeit. Und die halten jetzt fünf bis sieben Tage. Mit Glück auch schon mal zehn Tage. Und ja, ich brauche mich jetzt um meine Wimpern nicht mehr kümmern. Und das Schöne ist, ja, du kannst gerne mal bei mir sonst auf Instagram schauen. Da habe ich schon so ein paar, also ein Reel auf jeden Fall. Und auch so ein paar Infos über die Eyelashes, DIY-Lashes euch gezeigt. Und ich habe da auch immer einen andauernden Rabattcode. Also wenn du Interesse hast, schau gerne mal in meiner Infobox vorbei. Ich verlinke es dir sehr gerne. Und für mich ist das einfach, ja, total easy jetzt, ne? Ich brauche mich quasi um meine Augen nicht mehr kümmern. Und das ist übrigens die Sorte oder die Variante Bedroom Ice. Ich habe mir vier Segmente aufgeklebt von unten. Und ja, das ist jetzt zwei oder drei Tage schon her. Ich glaube, heute ist sogar schon der dritte Tag. Aber ein kleines bisschen möchte ich noch machen, damit meine Augen so ein bisschen, ja, noch wacher und strahlender sind. Und ich habe hier von Banana Beauty so ein Eye Pencil in so einem Naturbeige. Den benutze ich jetzt heute das erste Mal. Den möchte ich mir gerne mal auf meine untere Wasserlinie auftragen. Normalerweise mache ich sowas nicht. Aber ich habe das eben auf Instagram auf so einem Foto gesehen. Und das sah ganz toll aus. Also von daher werde ich mir den jetzt einfach mal einmal in der unteren Wasserlinie nur auftragen. Und auch, ja, ja, etwas. Also der malt wirklich richtig gut. Und das ist, ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Das Auge sieht auf jeden Fall gleich wieder so ein bisschen wacher aus. Und doch, das gefällt mir ganz gut. Das ist natürlich auch von so her schön, wenn man einen Stift hat, der dann auch wirklich gut malt. Und der jetzt von Banana Beauty, der malt sehr, sehr gut. Den habe ich mir mal aus dem Tauschpaket rausgenommen. Ja, und jetzt heute mal das erste Mal verwendet. Und ja, ist okay. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen Mascara an die unteren Wimpern. Und zwar greife ich jetzt einfach mal hier zu dieser Bye Bye Panda Eyes Mascara von Essence. Die ist auch fast leer. Und ich mag es gerne mit fast leeren Mascaras mir meine unteren Wimpern zu tischen. Weil da dipst nicht so viel ab dann. So würde das Ganze dann einmal fertig aussehen. Ja, schnell gemacht, ne? Gerade wenn man die oberen Wimpern schon soweit fertig hat und dann nichts mehr machen muss. Ich finde das ganz, ganz toll. Dieses Lash-System. Ich komme damit richtig gut zurecht. Und jetzt habe ich mir meine Haare angetuscht. Ja, so. Das war's schon. Augen sind schon fertig. Jetzt will ich mir noch ein kleines bisschen meine Augenbrauen doch nochmal nachmalen. Wo ist mein Augenbrauenstift? So, gefunden. Und zwar habe ich hier von L'Oreal den Blow Artist Designer. In, wie immer, 303 Dark Brunette. Kann ich mir nicht merken. Und da gehe ich jetzt einfach mal eben ganz kurz so ein bisschen mit dem Bürstchen da durch. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen einfach meiner natürlichen braunen Wachstumslinie nach. Einfach so kleine Strichelchen, um sie so ein bisschen nochmal aufzufüllen. So, und mehr brauche ich da auch gar nicht machen. Eine Braue ist schon fertig. Hier auch nochmal das Gleiche. Ich möchte mir noch ein kleines bisschen Augenbrauen-Mascara drüber geben. Und da habe ich hier von Nix die Stick It Stick It. Die habt ihr auch schon ganz häufig in meinen Videos gesehen. Und da gehe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen nach hinterher quasi, damit meine braunen so ein bisschen fluffiger aussehen. Und ich sie mir so ein bisschen in die richtige Richtung würsten kann, so wie ich sie gerne hätte. So, ja, that's it. Fast. Jetzt fehlen nur noch die Lippen. Und da möchte ich gerne mir ein bisschen Farbe aufgeben. Ja, an meinen Lippen möchte ich mir ein bisschen Farbe auftragen. Und da habe ich mir von Jeffree Star ein Velour Liquid Lipstick rausgesucht, weil ich finde die Farbe einfach so schön jetzt passend für den Frühling. Das ist die Farbe Jeffree Who. Oh, ja. Und den gebe ich mir dann jetzt einfach mal auf. Das ist so ein schöner, ja, Rosenholzton. Also ihr werdet das gleich einfach mal sehen. Nee, der passt nicht. Nein, der passt irgendwie nicht zum Look. Muss ein bisschen was Dezenteres her. Jetzt muss man eben umzwitschen. Dann nehmen wir doch einfach, ich habe hier auch so eine schöne Liquid Lipstick Farbe von Manhattan. Und zwar ist der das. Den trage ich mir jetzt mal auf. Und das ist die Farbe Grin and Bad 400. Ich glaube, der ist besser. Ja, das ist ein richtig schöner Nudton. Das ist so die perfekte Alltagsfarbe. Und ich finde auch diese Manhattan Lipsticks, diese Lasting Perfection, 16 Stunden, die sind wirklich richtig, richtig gut. Und lasst euch nicht irritieren von den Farben, wie man sie hier drauf sieht. Ich finde, die kommen so heftig anders rüber. Aber es lohnt sich, die sich mal anzuschauen. Die halten wirklich richtig, richtig gut. Der muss jetzt einmal antrocknen. Und danach gehe ich dann einfach nochmal hier mit so einem Pflegestift drüber. Den kennt man ja auch von diesen Maybelline Lippenstiften Lipsticks. Und das ist dann einfach so eine Lippenpflege, die schön Glanz verleiht und dass die Lippen nicht austrocknen. Und ja, ich trage mir das gleich nochmal eben kurz auf und dann sehen wir uns nochmal zum Fazit wieder. So, der ist jetzt schon mal angetrocknet. Dann gehe ich da jetzt einmal noch drüber. Total einfach, ne? Da braucht man jetzt auch gar keinen Spiegel für. Das kann man so nachtragen. Ja, das ist mein fixes, schnelles, easy, quasi No-Make-up-Make-up kann man sagen. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz leichter, dezenter Look. Die Haut sieht schön gepflegt aus und einfach so ein bisschen glowy. Und ja, man hat einfach nicht viel gemacht mit wenig Produkten. Gefällt mir immer persönlich sehr, sehr gut. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Look gefällt. Oder ob ihr noch irgendwie vielleicht ein bisschen was anders machen würdet. Oder wo ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr auftragen könnte. Vielleicht könnte ich noch ein kleines bisschen mehr Bronze auftragen. Ich glaube, den gebe ich mir gleich nochmal nachträglich ein bisschen mehr drüber. Einfach für noch ein bisschen mehr Frische. Oder ja, vielleicht auch Blush. Mal gucken. Ansonsten würde ich den Look einfach so lassen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und genieße das schöne Wetter. Bei uns ist ja jetzt die nächste Zeit immer nur Sonne. Und das ist so schön. Und gestern habe ich auch so ein Stündchen in der Sonne gelegen. Also gesessen quasi. Das war richtig, richtig schön. Ein bisschen Vitamin K wieder aufnehmen. Das hat irgendwie so richtig gefehlt in letzter Zeit. Ja, wie gesagt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt schön gesund. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.